Hör mal zu, ich bin die Leni, zweimal 20 Jahre alt. Ich bin freundlich, ich bin nett und ich lache gerne, sehr gerne. Ich wohne in Finteln und ich bin jetzt in Eurostrand. Seit 25 Jahren hier in Eurostrand. Ich habe angefangen als Servicekraft und dann war Chef Tron und jetzt arbeite ich wieder als Servicekraft. Ich arbeite gern mit meinen Arbeitskollegen, zusammen, Kollegen und Kolleginnen und für mich ist sehr wichtig die Gäste. Ich arbeite sehr gern hier an Eurostrand. Die Gäste machen mir Spaß. Wenn ich hier an Eurostrand reinkomme und ich sehe meine Gäste, meine Arbeitskollegen und dann freue ich mich und dann gehe ich an Arbeit und meine Arbeitskollegen freuen sich auch und Gäste auch. Und ich hoffe, dass ihr euch das anguckt und dass ich euch alle wiedersehen, die Stammgäste ein Neuer Untellen und Neue!